Der Spaß läuft mir tatsächlich einfach voll hinterher, ne? Alter, was ist los mit dem Typen? Du kriegst mich nicht, ich bin fett, aber schnell. Lass mich doch in Ruhe, Alter. Mann, was ist los mit dir? Such den Leben! So, jetzt müssen wir noch die Jungs rankommen. Und dann läuft der Laden auch. Können wir uns mal die Helden angucken, die wir haben. Ich finde die eigentlich extrem sympathisch. Also wenn du gleich, also wenn wir so ein, zwei Gangs gemacht haben. Ja. Vielleicht habt ihr ja nochmal Lust auf Gangbeats. Ich hab's nur für den PC. Ah, ärgerlich. Das wäre, ja, schade, ja, okay, doppelt kaufen ist bei so einem Spiel auch immer so eine Sache. Los, jetzt nicht unbedingt. Naja, außer du hast eine richtig coole Gruppe, mit der du das oft zockst. Ich hab mal wieder voll Bock auf das Spiel. Ich hab auch mal wieder Bock auf Mario Kart. Ja, du, wir hatten ja gesagt eigentlich letzte Woche, aber... Irgendwas war letzte Woche, richtig beschissen. Deswegen hab ich auch nicht einmal gestreamt, glaube ich. Morgen wäre ich auf jeden Fall suchtend irgendwas. Ich hab richtig Bock mal wieder den ganzen Tag zu zocken, Alter. Ja, hast du lange nicht gemacht, was war denn da los? Ja, Arbeit. Und ich war auch drei... Ich war echt krank, ne? Mhm. Und das hat sich auch richtig schön über zwei Wochen gezogen. Und dann hab ich halt oft einfach in der Badewanne Zelda gezockt. Schön Erkältungsbad und Zelda ein paar Schreine. So, jetzt stirb, Alter. Er ist doch schon fast tot. Nein! Geht zu Aro, vielleicht doch unbedingt rein. Mhm. Belastend. Ach, komm schon, ey. Auf dem Weg zu C, hier bei B. Ja! Alter, was macht der für Attacken? Oh, der hat mich direkt wieder getötet. So, Bruna hier, komm. Siehst du die Leiter? Siehst du uns? Ja, ja. Folge uns. Ja, ja. Siehst du uns? Folge uns. Alles klar. Wird gemacht, Chef. Wird gemacht. Das Spiel, also ein bisschen lustig ist das schon, ne? Alleine, weil ich ein fucking Wikinger spiel. Ich will den Samurai haben. Der Penner hat mich zweimal hinterher richtig asozial getötet. Du Scheiße, jetzt will ich ihn hinrichten. Ach, wie kann ich ihn denn hinrichten? Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ach, komm schon, komm schon. Du schnitt Müll, ich bin achtmal schneller. Wie kannst du mich so oft schlagen? Wie geht das? Ja, mein alter Mitbewohner ist gerade in meinen Chat gekommen. Ey, Bennet, wenn du Amazon Prime hast, abonnier mich über Twitch Prime. Okay. Ich glaube, Bennet hat sich das damals sogar gekauft und das auch echt gesuchtet. Das könnte sein, dass wir jetzt jemanden kriegen, der gut ist. Ich mache euch so platt. Ich mache euch so, wie es spielt zusammen, Alter. Versuch mal, das Mikro da reinzuknallen. Alter, was macht der da für komische? Was macht der da für ein komisches Knie, Alter? Warum habe ich da eigentlich so eine Sch***spieler hier? Meine Fresse nochmal. Ich kann nichts machen, Mann. Und dann kommt irgendein Spass von hinten und rastet weg. Hat der so einen Berserker-Modus, wo er völlig ausrasten kann? Die Alder hat sich achtmal gedreht. Und dann war ich tot. Sie greifen, werdet alle? Oder? Okay, hier sind vier Leute. Ja, ich hau ab. Okay, oder der Samurai kommt einfach mit seinem Geister-Modus und bringt mich um. Er läuft mir einfach hinterher. Hilfe! Hey, da ist noch einer! Berdelt! Kai hat seinen Berserker-Modus. Berdelt, wir 믿 von hinten! Was? Werden Sie haben beide? Hey, da sind beide. Er hat seinen Super-Modus. OK? wait... Bill, spring! Sie hat mir einfach eine Axt an den Rücken geworfen. Danke fürs Follower, mein Lieber. Shit. Wie kann ich auf ihn gucken? Kann ich bei ihm irgendwie zugucken? Nee, nicht in eins. Steuerkreuz nach links. Gut, das war zu spät. Ich habe übrigens jetzt eine Währung. Ihr sammelt Punkte, wenn ihr bei mir im Chat seid. Ihr kriegt jetzt Öre. Öre. Du kannst dich freuen, wenn du sie hast und Gewinnspiele machen. Die Nordmann-Gewinnspiele. Nordis-Gewinnspiele. Ja, also das ist so witzig. Das kann man so nebenbei machen. Du kannst, also das habe ich noch nicht alles genau eingestellt, aber du kannst so Spiele spielen wie Flip. Dann kannst du die setzen und so, weißt du? Wenn du R1 drückst, dann kannst du einmal auf bereit drücken. Okay, tut mir leid. Nee, du warst gar nicht gemeint. Ich wollte nur, dass du das einmal... Ja, nein. Hetz mich nicht, Alter. Ich muss gucken, weißt du... Halt's Maul und guck auf bereit, du Witze. Nordde, das Team. Klasse. Scheiße. Wir haben alle gerade entschieden, wir nehmen den Ritter. Ist der so OP oder warum nehmt ihr den alle? Zum Reinkommen ist er eigentlich ganz entspannt. Und ich habe ihn auch so als erstes gespielt und bin ganz zufrieden mit ihm. Bei Lars war das glaube ich auch so. Und bei Planet anscheinend auch. Ich habe tatsächlich zuerst bei der Türe angefangen, weil ich es ziemlich geil fand. Und der Ritter ist mir... Ich habe halt alles ausprobiert. Und der Ritter war meiner Meinung nach am ausgeglichensten. Du hast auch unblockbare Schläge sogar dabei noch. Und der ist schon echt nice. Dann werde ich den auch gleich nehmen. So welche Tipps solltet ihr mir als absoluten Anfänger geben, Jungs? Was ist da los? Du musst dich selbst entdecken. Flo, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwas anderes außer Wikinger hier spiele? Und der letzte Schlag mit L2, der ist dann... Bam, Alter. Wenn du dann gedrückt hättest du noch L2, dann kannst du eben... Exitieren. Zack, Alter. Und jetzt hättest du Vier-Eck drücken müssen. Dann hättest du eben Exitieren. Oh Mann, ich will jemanden... Ich will jemanden köpfen. Ich will jemanden köpfen. Hä, ja, ich wurde schon fünfmal geköpft oder so. Ich will Vendetta. Gib mir meine Blutrache. Oh, oh, hier ist einer, hier ist einer. Der eskaliert heftigst in meinem Gesicht. Ich kann nix machen. Ja, ja, wir sind da. Aber zu spät. Zu spät. Helf ihm, helf ihm, Tom. Helf ihm. Mach was, mach was mit. Okay, okay. Ja, toll. Ich komm an, der ist tot, Alter. Ich komm an, der ist tot, ey. Top, Alter. Zehn Minuten. Oh, Bennett, ich komm zu Hilfe. Er ist tot. Zwei Full-Life-Leute stehen vor mir. Hm, Mensch. Zur A wieder, oder was? Ja, bei A sind wir gerade zwei. Also, ich bin halb tot. Ja, dann lass doch hoch da. Ja, ganz gut. Ich bin eher halb tot. Ah, er ist in seine Heal-Base. Ja, aber ich bin da. Er heilt nicht mehr. Aber jetzt hat er Rache. Weg, 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 weg. Ich hab jetzt zwei bei mir. Kann man das all irgendwie blocken? Wenn er Rache hat, kannst du eigentlich fast immer nur mit ich wegspringen. Das ist schwierig zu sagen. Wow, 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 wow. Warte, warte. Aber jetzt hab ich hier doch Heal. Achso, hast du ja eh. Nice. Oh, oh, oh. Rache, geh weg. Komm, geh weg. Der weiß gar nicht, wo der hinschlagen soll. Ja, doch, gerade weiß er es ziemlich genau auf dich. Ja, er hat mir auf jeden Fall gut gegeben. Ja, voll gesabert, Digga. Okay. Also, wenn wir verteidigen, einfach immer respawnen. Redspawn, redspawn. Redspawn. Okay. Wollen wir irgendwie auch ein bisschen... dass wir gleich wieder vier Ritter haben? Na, jeder spielt das, was er am besten beherrscht, ne? Ja, was spielst du denn? Ich beherrsch gar nichts. Bei mir ist das völlig leide, was ich spiel. Ich hab einen da gekillt. Ja, ich hab's gesehen. Deine Komm. Hallo, Jungs. Mann. Ich bin doch Freund. Hinter dir, Bennett. Hinter dir ist einer. Geh nach unten. Können wir safe? Können wir safe wieder? Wir hatten sie eigentlich auf einmal, Jungs. Warum blockt mein Charakter eigentlich nicht, Digga? Die Time. Ja, Time, Alter. Alter, sind sie einfach alle hier. Alter, drück nur R1. Das ist unfassbar. Man kann da so wenig die Mäste machen. Der Spaß läuft mir tatsächlich einfach voll hinterher, ne? Was ein... Lass mich doch in Ruhe, Alter. Fuck, Mann. Aber es ist doch gut, wenn sie mir beide... Sieh, der läuft mir immer noch hinterher. Mann, was ist los mit dir? Such den Leben. Tut mir leid, Bennett. Da ist jetzt noch einer bei dir. Ah, ihr habt sie gesehen. Er läuft mir einfach immer noch hinterher. Alter. Was ist los mit dem Typen? Du kriegst mich nicht. Ich bin fett, aber schnell. Ey, ich bin doch ganz süß. Du hast einfach von nichts weg. Ach so. Ja, läuft doch. Wir kommen da gerade. Alter, überleg mal bitte, wie fucking lange der mir hinterher gelockt. Der ist mir gerade so unglaublich lange hinterher gelockt. Also, die Klasse an sich ist witzig, aber du bist ja so schnell ausdauertot, ey. Zweimal rollen. Ja, gut. Ist auch logisch mit der Rüstung und so, aber trotzdem. Toll. Egal. Jetzt müssen wir den Kommandant da, oder was? Den müssen wir verteidigen, oder was? Der, ich hau mit auf den Pisser rein. Bam! Ja, aber nicht auch nicht, Mann. Doch. Kollateralschaden. Auch so ein Schaden. Hier hört sich doch keine Ahnung wie Elo-Tricks, Digga. Ja, dann hätte ich nicht nur drei Zuschauer. Ja, da liegt ja eine Wumpf. Boah! Als ob das ein One-Shot ist. Ja, auf dich raufspringen, auf jeden Fall. Nein, nein. Jetzt haben wir den Scheiße da drin erwischt. Das ist kacke. Der Bot oder der an der Balliste? Der an der Balliste. Wow. Ist meine Statistik für den Arsch. Krass. Ja, weil ich so was weiß, woran es gelegen hat. Woran hat es gelegen, ne? Woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen, hab ich mich gefragt, ne? Woran hat es gelegen, ne? Hey, Juh, woran hat es gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt es gelegen? Woran hat es gelegen? Äh, na gut, ich sag mal so. Woran hat es gelegen? Legendärstes Interview ever. Alles klar bei euch, Digga? Vielen Dank.